Dünn vertraut, ja? Die Schlaufe ist so an. Ich weiss nicht vorfahren, ob das 50 Meter... Doch, wahrscheinlich könnte ich schon wieder zurück, wie langsamer war. Schon fast ein bisschen E-Back. Ja, ich weiss nicht. Oben ist ein Autoparkingparking, das sehe ich heute zum ersten Mal. Da muss er dich immer etwas früher abfahren. Oh, schau mal, das ist offen. Lernen du? Das ist knapp, ne? Das ist eigentlich glaube ich. Das ist glaube ich der engste Ding, den ich komplett nachher mache. Ah, ja. Jetzt müssen wir mal was er fahren. Dann muss er ja früh anfahren, weil er so lange für die Schlaufe hat. Das heisst ja, weil sie vorher schon an. Ja, ja. Aber er hat kein Ding. Ja, ja. Und dann finde ich das eine neuste Stehmusikbade. Aber ich finde es noch interessant, weil... Ja, man muss fast eine halbe Minute früh anfangen, wenn es ein Brotalkoross wäre. Ja. Ja. Ja, da kann ich ja schon ein Brotalkor aussuchen. Und dann muss man noch warten bis durch. Und dann muss man noch ein Brotalkor aussuchen. Dann muss ich noch ein Brotalkor aussuchen. Und dann muss man noch ein Brotalkor aussuchen. Das finde ich eben geil. Ich muss mich nennen. Schau, da ist eine lange Kombina. Willst du ihn aufnehmen? Ja, ja. Fuck. Nein, ich habe noch einen. Komm schon rein. Nein, das ist gut. Das ist die Herde. Du musst nicht heissen, dass sie nicht verzogen ist. Das kann der provisorische Tier sein für eine Zwei-Lieferung im Tunnel, weil ... Du hast Geld, aber wir müssen den Service nicht machen. Ja, aber das kann es so sein. Ich habe es vorher nicht mehr wahrgenommen. Ja, das nimmt er. Ich habe gerade gesehen, vom Motorenleber herunter ist der Sport, das ist geil. Das ist jetzt eben. Ich habe es herausgefunden, dass die Kami im Süden gefahren ist und wir haben damit bei der Motoren durchgeführt. Ja. ... 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 Das ist der Hauptsignalentürk.